Willkommen zurück, Initiator. Als ICA-Agent, kann jeder Herausforderung in diversen Fällen übernommen. Erfüllte dieses Überschuss wieder, diesmal es aus einem anderen Angeln. Werteidigte deine Strategie, improvise. Wir werden es sehen. Hier sehen wir ein paar Herausforderungen, die wir für die Mission machen können. Die Mission hier habe ich schon mal gespielt, also mit Vorgaben. Achso, muss ich eine wählen? Nee, weiterspielen. So, wir sind Hitman. Ne, hier, den kennt man. Gab es auf meinem Kanal jetzt noch nicht. Was haben wir denn hier? ICA-Fernzündung-Sprengsatz. Nehmen wir mal mit. Ferngezündeter Sprengsatz. Platzieren Sie die Sprengsätze, Waffen und Gegenstände, in dem Sie L1 plus R1 gedrückt halten. Wenn Wachensprengsätze oder Waffen herumliegen sehen, werden Sie diese aufheben. Alles klar. Dietrich nehmen wir auch mit. Damit können wir Türen knacken. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Münzen. Wahrscheinlich, um die zu werfen und sie abzulenken. Nehmen wir mal alle mit. So. Okay. Mit dem rechten Stick können wir uns ducken. Wie gesagt, ich spiele das auf der PS4, also komplett mit dem Controller. Ist auch für den PC erhältlich. Oh, Waffen. Aber Waffen wollen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Außer sie sind schallgedämpft. Haben wir? Ja, die haben wir. Ja, dann will ich die Waffen gar nicht mitnehmen. Wie sonst noch was? Ne. Mit allem, mit dem wir interagieren können, haben wir halt so ein Viereck drauf. So. Pass auf. Kriegen wir den Dude da ausgeschaltet? Kann ich an den... Wir können hier eigentlich so komplett so rumlaufen. So. Dü, dü, dü. Die machen jetzt noch keinen Stunk hier. Aber ich will... Seht ihr mich hier? So. Die Verkleidung von dem Kollegen hier haben. So. Den überwältigen wir jetzt mal. Ziehen den ein bisschen hier in die Ecke. Und verkleiden uns als Wachmann. Haben wir da hinten was zum Entsorgen? Ne, eigentlich nicht. Dann lasse ich den mal hier liegen. Wollen wir seine Pistole auch noch mitnehmen? Okay. Ähm. So. Der hier mit dem Punkt über dem Kopf würde erkennen, dass wir nicht sein Kollege sind. Deswegen müssen wir uns... Ah, warte mal. Wir können den in den Schrank packen. So. Hier rein mit dir. Kollege. So. Der da darf uns nicht sehen. Der würde nämlich erkennen... Dass wir nicht sein Kollege sind. Kann ich hier langweilig? Ich hab den Dietrich. Äh. Diese Aktion ist für andere Personen sichtbar und bringt sie in Schwierigkeit. Dann lassen wir das mal. Das Problem ist... Ich will von dem nicht erwischt werden. Wir spielen jetzt erstmal hier eine Trainingsmission. Und sollen hier ein bisschen freestylen ohne Vorgaben. Das ist ganz cool. Da dachte ich mir, kann man hier nochmal einsteigen. Oh, der sieht mich. Okay, jetzt nicht mehr. So. Die beiden Typen kennen ihre Kollegen nicht so gut. Das heißt, wir können an denen vorbei. Das ist doch mal was cooles. So. Wie weit kann der denn gucken? Ich hoffe nicht so weit. Guten Tag. Just put your gun away, please. It's making me nervous. It's got too much coffee today, I guess. Gun away. Äh, gun away. So. Ich hoffe, das war jetzt genug. Gun away. Sicherheit, Umgang, Herausforderung, abgeschlossen. Nice. Nice. So. Und jetzt ist das nächste, was wir machen müssen. Uns wahrscheinlich... ...als was anderes verkleiden. Denn wir kommen nicht in alle Bereiche als Security. Mh... Ja, der da, er würde uns erkennen. Sorry, ich habe ihn gerannt. Das wollte ich nicht. Ich kann mal hier lang gehen. Mit R1 sehe ich meine Targets. Mein Target ist da hinten. Allerdings umringt von Leuten, die mich erkennen würden. Was soll denn hier? Feueralarm auslösen. Guten Tag. So. Ist er noch da? Er ist noch da. Okay. Cool. Oh, da erkennt mich einer. Oh, 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 oh. Das war uncool. Bin verdächtig. Oh, oh. Das ist jetzt uncool. Das ist uncool. Das ist uncool. So. Haben wir unten vielleicht... ...neue Verkleidungsmöglichkeiten? Dem will ich gar nicht hier. Okay. Nee, als du komme ich nicht wirklich weit, glaube ich. So eine Kapitel hier. So einer wäre ganz cool. Den müssten wir mal irgendwo alleine finden, so einen Typen. Komm mit hier. Ist mein Ziel noch hier? Nee, mein Ziel ist oben. Da. Darf ich da rein? Okay. Man muss immer darauf achten, die Wachen sagen einen, dass man da nicht durch darf. Und das steht nicht unbedingt als Text da. Da muss man schon ein bisschen auf die Reaktion der Wachen hören. Also du würdest das erkennen. Du bist mein Ziel. Okay. Wie machen wir das? Wir müssen die ablenken. Er bleibt da auch stehen. Er sieht mich sogar hier. So cool. Ja. Alles klar, Dude. Der erkennt uns auch. Das ist nicht so easy. Alles nicht so easy. Haben wir oben auf dem Schiff einen, wo wir uns verkleiden können noch? Hi. Wie ist niemand? Ein Feuerlöscher. Mit dem können wir schlagen. So, und du da? Bist ein Problem. Wie komme ich an dem vorbei? Oh, Peyton, ich sehe, Mr. Van Dyke. Ich muss die Brunennose gehen. Ich will dich hier. Das Problem ist, die stehen alle so. Geschlossen. Hm. Hm, 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 hm. Der oben passt auch auf. Ich bräuchte einen, Dude. Da, wo kommst du denn her? Läufst du da nochmal hin, wo du herkommst? Sind da noch mehr, wo du herkommst? Oh, fuck. Uncool. Ist das direkt der Raum? Ja, es ist direkt der Raum. Ich wäre ja perfekt, wenn ich so einen kriege, aber die stehen alle so perfekt. Wie machen wir das? Wo läufst du hin? Du bist ein potenzielles Ziel. Nee, bist du nicht, weil du läufst hier einfach nur zur Wand. Ja, shit. Ich muss mal weiter unten gucken, ob wir einen mit weißer Kleidung finden. Was ist das, Mrs. Caruso? Oh, okay. Hier ist natürlich Megaparty. Oh, der erkennt uns. Wo läuft der lang? Okay. Das ist jetzt uncool. Könnte übrigens auch ein bisschen schneller gehen. Okay. Hier ist natürlich viel zu viel Party, um irgendwas, der da hinten erkennt eins. Das ist natürlich übrigens auch gar nicht so schwer, uns zu erkennen. Wir haben immer einen Markkodent. Bin ich dein Ernst? Im Nacken. Aber hier irgendwas? Hallo? Du da! Komm mal zu. Hi. Könnten ihn jetzt auch mit dem Hammer erschlagen. Guten Tag, Mister. Ich möchte sie gerne nackig sehen. Kann man jetzt auch noch rein? Nee. Wo kann ich dich reinstecken? Ist das... Ah, da. Man kann die nämlich hier in die Kühltur packen. So. Jetzt sind wir anders. Wir haben jetzt keinen Hut, aber ist ja egal. Jetzt erkennen uns nämlich andere Leute nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass uns von den weiß gekleideten Leuten keiner erkennt. Zumindest glaube ich, dass das so ist. Hey, wann sind wir die Kühltur? Entschuldigung. Entschuldigung. Die hat mit mir geredet. Ich habe sie einfach mal gekonnt, ignoriert, die Dame. So, laufen wir mal ein bisschen schneller. Guten Tag. Ich darf eh lange. Danke. Hello, Sailor, sagt er. So. Mein Target ist da hinten. Er kennt mich immer noch der gleiche Dude. Er selbst erkennt uns, glaube ich. Ah. So, wir müssen den nämlich jetzt erwischen. Wie machen wir das jetzt? Wie sollen wir das machen? Einfach wieder erschießen? Das ist so das Simpelste, ne? So, tschüss. Die Waffe weg. So, lauf mal. So. Der kennt uns. Shit. Ähm. Wo komme ich raus? Mein Körper wurde gefunden. Und zwar von der Person, die wir gerade erschossen haben. Guten Tag. Komme ich irgendwie raus? Hey, Skipper. Da muss ich hin. Kann ich hier rüber? Muss noch eine tiefer. Da oben ist auch ein Ausgang. Gehe ich hoch oder gehe ich runter? Vielleicht sollte ich sogar lieber hochgehen. Körper wurde gefunden. Okay. Wir werden gesucht. Ich komme jetzt ein bisschen hoch. Ich komme nicht hoch. Das Schiff. Ich bin fertig. Hi. Hi. Oh, da kennt mich einer. Hi. Ich drück mal hier den Knopf und hau ab, ne? So. So. So funktioniert ungefähr Hitman. Wird natürlich von Mission zu Mission schwerer. Und dies war, wie man hier gerade sieht, alles nur ein Training. Und jetzt dürfte eigentlich eine Cutscene kommen. Sie haben das freie Training absolviert. Sind Sie bereit für die Abschlussprüfung? Ja, komm. Ah nein, ich wollte nicht weiter trainieren. Ich wollte eine Abschlussprüfung haben. Ach, Spiel. So, jetzt sind wir hier im Abschlussprüfung-Einsatzbesprechung-Screen. Mein Einsatzziel ist Jasper Knight. Und wir spielen die Abschlussprüfung, damit wir endlich die richtigen Missionen von Hitman machen können. Hitman ist übrigens ein episodisches Spiel. Das heißt, es kommt in Episoden raus. Ich glaube, der erste Teil, das Intro-Pack, kostet 12,99. Auf, im PSN. Ich weiß nicht, was die, ich glaube, die PC-Version wird das gleiche kosten. Wurde mir übrigens... Netterweise fand sie mir eh nicht zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Der hohe Punkt der Trainerdirektor Soda als aktiver Agent. Der Ziel war Jasper Knight, ein famöser US-Chess-Master, der als Sowjet-Spy. Soda hat Knight auf einem militärischen Flugzeug in Kuba und ihn gegen alle Erwartungen eliminiert. Das ist auch dein Ziel. Jetzt hör auf. ICA-Examten sind nicht so schwierig. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat and this way your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Okay, was hat sie denn jetzt an die Regel erinnert? Okay, wir dürfen auf keinen Fall gesehen werden. Deckung wechseln. So, dann sneaken wir uns hier mal vorbei. Und gucken mal, was wir machen. Wie gesagt, ich Gespräche belauschen. Einige Gespräche sind informationsreicher als andere. Hören Sie genauer hin. Möchten Sie die Gelegenheit verfolgen? Okay, Sicherheit geht vor. Dem Schleudersitzmechanismus drin testen. Klingt gefährlich. Flucht im Kampfjet. Jasper Knight weiß, wie man einen guten Abgang macht. Aber zuerst muss er einen Sicherheitscheck durchführen, anschließend des Schleudersitzes. Oh, das wäre lustig. Wollen wir es versuchen? Verfolgen. Was haben wir denn hier? Einen Hammer. Nehmen wir mal mit. Wir haben ja keine Waffen, oder? Doch, unsere Pistole haben wir noch. Okay, warte mal. Wie kommen wir da hin? Da rein vor allem. Ist auch wieder Training hier, sieht man das. In diesem mega geilen Ding hier. Kann ich hier drüber kippen? Überwinden. Sehr nice. Nein, 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 nein. Ich will eigentlich die Deckung wechseln. Da, Dankeschön. so ich will nämlich darüber darüber was ist hier münze mit ist am klemmbrett man sei das klemmbrett wir müssen jetzt natürlich aufpassen dass der andere dude und es nicht sieht während wir den dude hier ausschalten warte mal nah kampf nicht tödlich okay nicht tödlich wo ist der andere dude denn da an die da läuft da ok da müssen wir jetzt erst mal warten bis der weg ist bis er sich wieder umdreht damit wir den hier ausschalten können vielleicht da in die kiste packen ich weiß es nicht oder in den kofferraum von irgendeinem auto wäre ganz lustig aber ich weiß nicht ob diese luke hier geräusche so komm mal mit komm mal schön mit die waffen müssen wir natürlich auch aufheben wenn die gefunden werden ist das gar nicht so cool so weg hier verkleiden so ich hier rüber so steck die waffe mal weg okay der würde mich nicht erkennen das kann nicht herumlaufen guten tag so was haben wir denn hier einschalten das muss ich nicht haben so der die erkennen mich alle nicht das heißt ich kann jetzt einfach an den vorbeilaufen sehr cool darum ist unser ziel darum ist schwer bewaffnet die typen erkennen mich doch oder nee okay zumindest glaube ich jetzt schon ein kreis über die drüber hier kann mich auch nicht nicht